Hier wird da sitzen, der neue Carsten, denn der alte Carsten hat gelacht. Klar, bei zwei solchen Spaßbomben wie uns, ist ja wohl klar, dass es da irgendwann gelacht werden muss. Und der alte Carsten ist gebrochen worden am Ende der ersten Staffel. Deshalb brauchen wir für die zweite Staffel einen neuen Carsten. Hier sitzen die drei letzten von der Ausschreibung. Es haben ungefähr, boah, keine Ahnung, 14 Leute ungefähr, haben uns geschrieben. Einer hat noch abgesagt. Ja, stimmt, der hatte keine Zeit. Und die letzten drei, die wollen wir jetzt zum Lachen bringen, beziehungsweise nicht. Ich hoffe, dass wir den neuen Carsten finden. Let's go. Let's go. Okay, wir haben noch ein schönes Lied vorbereitet, das wirst du vielleicht kennen. Moment, ich mach's mal eben an. Oh, wir haben ihn. Okay, zweiter Kandidat. Lieber Carsten, lieber Carsten, pass auf. Was ist süß und klebrig und schwingt sich von Baum zu Baum? Tazifahren. Tazifahren! Ich bin Tazifahren und Tazifahren. Gehen zwei Zahnschlachern bergrauf auf der Spitze, kommen ein Igel vorbeigelaufen, sagt der eine Zahnschlacher zum anderen, ey, wenn ich gewusst hätte, dass hier Busse fahren. Nein? Okay, Achtung, kürzester Witz der Welt. Pizza Verleih. Pizza Verleih? Ach so, wart ihr ja schon, ich hab ja gar nicht mehr so der Quatsch. Pass auf, nehmen wir mal das Lied, ne? Spielen wir eben ein Lied. Boah, das ist grüne Farbe, Julius. Du musst zur ultimativen Waffe greifen. Alter. Kommt eine Blondine in die Bibliothek und sagt, ich hätte gerne 200 Gramm Salami, sagt die Bibliothekarin. Entschuldigung, das ist eine Bibliothek. Ach so, ich hätte gerne 200 Gramm Salami. Oh nein! Got him, got him! Okay, vielleicht machen wir zum Einstieg erstmal einen Witz. Ja, einen Witz. Was ist weiß und stört beim Essen? Eisbär. Nee, Lawine, dachte ich. Oder Lawine, je nachdem. Warum heißt mein Kater Sherlock? Weil er gerne Fälle löst. Der ist auch hart. Komm, ich baller den mal voll. So, zack, jetzt. Oh, das war Verletzung. Hier, jetzt kriegst du auch noch einen ab. Wir knacken den nicht. Du bist es. Du bist unser neuer Carsten. Ja. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!